Hi zusammen und herzlich willkommen zum heutigen Video. In diesem Video möchte ich über zwei Neuigkeiten sprechen. Zwei Meldungen, die heute bekannt gegeben oder veröffentlicht wurden. Zum einen gibt es Neuigkeiten aus den USA, Schrägstrich aus Dänemark. Und zum anderen gibt es eine Meldung aus China. Eine für viele sicherlich etwas überraschende Meldung. Dazu kommen wir gleich, aber wir wollen mal mit dieser Meldung hier anfangen. Und zwar ist es so, dass der US-amerikanische IT-Riese IBM und das dänische Logistikunternehmen Maersk eine Zusammenarbeit bekannt gegeben haben. Und das Interessante an dieser Zusammenarbeit ist, dass man ein System auf die Beine stellen möchte, was auf der Blockchain-Technologie basiert. Das klingt jetzt zunächst mal nach einer ziemlichen Standardmeldung, wie man sie derzeit ja beinahe in wöchentlichen Intervallen zu lesen bekommt. Und irgendeine Kryptowährung, irgendein Kryptoprojekt arbeitet mit einem großen Weltunternehmen zusammen. Ist sicherlich heutzutage keine Seltenheit mehr, aber hier könnte tatsächlich etwas zustande kommen, was wirklich Hand und Fuß hat. Ich möchte damit jetzt auf keinen Fall andere Kooperationen in irgendeiner Weise schlecht reden. Aber IBM, das ist ein IT-Konzern, von dem es ja bekannt ist, dass man sich schon seit längerem intensivst mit der Blockchain-Technologie oder mit Kryptowährung im Allgemeinen auseinandersetzt. Insofern ist das schon eine Meldung, der ich eine gewisse Bedeutung beimesse, keine Frage. Und voraussichtlich wird dieses Projekt noch in diesem Jahr starten. Angesetzt ist hier das dritte Quartal, mal ganz grob gesagt. Und das Ganze ist das Produkt einer einjährigen Planungsphase beider Unternehmen. Ja, worum geht es bei dieser Zusammenarbeit? Worum geht es bei diesem Projekt? Allzu detaillierte Infos dazu wurden noch nicht bekannt gegeben, allerdings einige ziemlich allgemeine Aspekte. Ich hatte ja vorhin erklärt, dass Maersk ein dänisches Logistikunternehmen ist. Um das noch ein wenig zu spezifizieren, müsste man sagen, dass Maersk eine Reederei ist. Es geht also dabei um den internationalen Schifffahrtshandel. Ganz allgemein gesagt sollen hier viele Prozesse vereinfacht werden, viele Dinge effizienter gestaltet werden. Als Beispiel werden hier die Formalitäten genannt, die natürlich immer anfallen beim Überseehandel. Und selbst heutzutage sind diese Formalitäten noch relativ unsicher und vor allen Dingen ziemlich aufwendig. Und das ist beispielsweise ein Ansatzpunkt, wo man das Ganze durch die Blockchain-Technologie deutlich vereinfachen möchte. Ich bin hier auf jeden Fall auf weitere Infos gespannt und auch auf die weitere Entwicklung dieses Projektes. Gerade weil IBM hier involviert ist. Ein Unternehmen, was tatsächlich das riesige Potenzial hinter der Blockchain-Technologie und hinter den Kryptowährungen verstanden hat. IBM hat ja im vergangenen Oktober auch die Partnerschaft oder die Zusammenarbeit mit Stellar Lumens bekannt gegeben. Ob und inwieweit Stellar Lumens in dieser Geschichte hier involviert werden soll, das habe ich jetzt hier in dieser Meldung nicht erfahren, beziehungsweise auch im Internet nicht in Erfahrung bringen können. Aber es ist, denke ich, grundsätzlich nicht auszuschließen, da auch allgemein das Interesse an der Stellar Lumens Blockchain wächst, mal abseits von dieser IBM-Partnerschaft. Wie dem auch sei, wir wechseln hier einmal zur zweiten Meldung, die ziemlich überraschend daherkommt, da sie den ganzen negativen Kryptonachrichten aus China zu trotzen scheint. Es geht dabei um den Handelsgiganten Alibaba, sicherlich dem ein oder anderen von euch bekannt. Häufig wird Alibaba als die chinesische Version von Amazon bezeichnet. Und ja, wie jetzt bekannt wurde, möchte Alibaba in die Kryptoszene, in den Kryptomarkt einsteigen und das ausgerechnet in Form einer Mining-Plattform. Auch hier fehlen bislang die Infos darüber, wie das genau aussehen soll. Man hat das allerdings bereits im vergangenen Oktober angemeldet und Gerüchten zufolge soll das Ganze tatsächlich auch ein Cloud-Mining-Anbieter werden. Zudem wird für die nahe Zukunft erwartet, dass Verträge mit Energieversorgern geschlossen werden, um das Mining zu starten. Inmitten der ganzen negativen Schlagzeilen rund um das Mining in China in der letzten Zeit ist diese Meldung mit Sicherheit für den einen oder anderen eine wohlwillkommene Abwechslung. Ich möchte an dieser Stelle nicht so weit gehen und sagen, dass diese Meldung tonangebend sein wird für die Zukunft des Minings in China. Aber es ist zumindest bekannt, dass der Alibaba-Gründer, Jack Ma ist übrigens sein Name, in Regierungskreisen relativ beliebt ist. Ob er dadurch einen gewissen Einfluss hat und ob das hier im Zusammenhang mit dieser Meldung etwas zu bedeuten hat, das sei einfach mal dahingestellt. Nur muss man sagen, wirklich passend ist diese Meldung zwischen den ganzen Gerüchten rund um ein Mining-Verbot in China nicht wirklich. Für dieses Video war es das jedenfalls schon wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Zusehen und bis zum nächsten Video.